ja damit herzlich willkommen zurück bei dismantle letztes mal konnten wir noch das tor öffnen dieses mal schauen wir rein was da los ist mikro kurz angepasst und wo war denn der eingang hier weg aus dem weg wir haben was zu tun ich bin gespannt ein krater irgendwas muss hier runter gekommen sein was haben sie bloß damit gemacht ich spüre wie mich das mana beeinflusst brauchen wir hier irgendwie was wieder und sieht schon cool aus ok hab ne idee jaja ist das wer anderen eine grube gräbt ja ja so kann man auch anfangen ja ja klar sind doch meistens aus plastik diese diese ihr wisst schon diese wie heißt das denn wie heißt das er wie wert es raus schranken schranken oh mein gott spieleabend für das wachpersonal diesen freitag bringt eure eigenen d20 mit die 20 mit kein problem habe ich schon eingepackt bringe ich mit habt ihr auch ein d20 also nur d12 und nicht d20 also weiß nicht ob ihr das noch kennt aber ich kenne es machen die überhaupt noch was gute question ganz schön kalt hier ist wieder noch mal so eine falle also ist ja nur raus ja handgranaten hau oh oh pf oh Oh Gott, hier ist ganz schön kalt. Ne, wieder rein. Ja, lassen wir die Leiste mal kurz runter und dann mal kicken. Was da so los ist hier? Bleib auf den ausgewiesenen Pfaden und folge deinem Aufseher. Vermeide jeden unnötigen Attakt mit dem Erdreich. Bring nur zugelassene Gegenstände in die Anlage oder aus ihr hinaus. Also wir laufen dann gleich mal außerhalb vom Weg, ne? Ich will nur mal hier kurz durch, ob es da hinten noch was gibt. Oh Gott, hier soll man nicht hin. Wie leuchtet denn das Schild so rot? Guck mal weg, damit die Leute nachher nicht so geblendet werden. Oh Gott. Was ist denn los? Der Schreckhafte ist zurück. Ja, wir machen das. Wir packen jetzt voll, bis wir nichts mehr tragen können und dann schicken wir es nach Hause. Nach Hause. Hör auf, was ist denn jetzt? Mann, ey. Ja, da lacht er, ne? Da lacht er. Oder sie oder es oder... Keine Ahnung. Geh weg, du Schranke. Nerv mich nicht. Holy, was ist denn da hinten wieder für Party, ey? Ich müsste durch hier so... Oh ja, war mir ein MG hingestellt. Schreck einfach mal. Du Eindringling. Komm du mal her. Ding dong. Ding dong. Ganz schön kalt. Angst vor dem MG. Das ist hier. Ah, tu mir nichts. Oh ja. Gibt's hier 4 U? So, das ist weg. Können wir mal unsere Leiche einpacken. Ab nach Hause mit dem Zeug. Ey, leck mich. Ehrlich. Ja. Was ist denn hier los? Können wir noch was verbessern? Den hier. Mana-Splitte wollen die, ne? Hm. Ja, aber sonst nichts mehr, ne? Nordstarren-Einrichtung. Hm. Oh, da ist ein MG. Gott sei Dank kommen wir da durch. Mit dem Hammer. Mit dem Hammer kommen wir da durch. Äh, oder auch nicht. Oh, da ist ein MG. Äh, Leute. Was macht ihr hier mit mir? Da ist ein Raketenwaffe. Hör mir auf. Geh weg. Geh weg. Oh. Um. Ein. Oh, easy was. Easy. Schwitz auch nicht. Okay. So. Okay. Wo wollten die? Hör auf. So, und das hätten wir. Das hätten wir. Jetzt, äh. Oh, was ist denn hier los eigentlich? Ja, da ist eine Quest. Und was sagt uns die Quest? Was, was? Was ist das? Mit Fabrikatoren kannst du Gegenstände direkt aus dem Rohmateriel herstellen. Wirf den Fabrikator an. Benutze den Fabrikator, um einen Gegenstand zu fabrizieren. Äh. Jo. Alte Taschenuhr. Ein Präzisionsuhrwerk, das die verstreichende Zeit anzeigt. Der Mechanismus scheint in Ordnung zu sein, aber sie läuft trotzdem zu langsam. Zeitmodifikator minus 25%. Okay. 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 Was kannst du noch so? Nichts? Baseball-Schläger, beste Wahl auf jeden Fall. Hm. Gott, direkt reingerollt. Ähm. Hier lang, hier lang, heilen. Ich find's ja auch nett, dass du das immer erst mal hinwirfst, wo jemand ist. Okay. Hier sind irgendwelche Serge und so. Es sind nicht Sergei, sondern Serge. Okay. Kann man nichts machen. Okay. Den kann man so hauen. Stein. Sonst aber auch nichts los. Okay. Äh. Äh. Jo. Stufe 52. So, das MG müssen wir mal gucken. Auch wie wir das hier drüben kaputt bekommen. Ähm. Okay, das guckt auch weg. Mhm. Bergbauausrüstung muss jederzeit gesichert sein. Trage immer einen Schutzhelm. Jedes Klasse-M-Ereignis muss dem zeitlich nichtsgelegenen Aufseher gemeldet werden. Joa, die haben hier ordentlich Mana abgebaut wohl. Aber ich hab irgendwie so das Gefühl, dass die da... Joa, wahrscheinlich dran schuld sind, dass hier überall die Zombies sind. Was ist... Was ist... Also, es gibt jetzt... Ach, hier. Zensiert. Kann die zensiert schmelzen und damit her als zensiert verwendet werden. Okay. Wir werden einen zensiert verwenden. Leute. Ich frage Dr. James wegen des Stabilitätsproblems des blauen Gesteins. Ich schicke niemanden mehr in den Todestunnel. Hm. Lieber nicht, Leute. Ist sie schon hinherguckt? Das gibt's doch nicht. Er setzt doch die Gasmaske auf, Mann. Und dann sagst du wieder, mir ist kalt, mir ist so kalt. Niemand schießt auf mich. So. Gasmaske. Und ab dafür. Der Hundi. Klappen wir das mal runter. Was gibt's noch? Hier, Peng. Ganz schön kalt, weil keine Wintermütze auf. Mhm, 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 mhm. Okay, es ist aber sonst irgendwie hier nichts mehr, ne? Das Mg haben wir kaputt gemacht. Hier ist noch ein Feuerchen. Okay, hier ist der Verbindungsturm. Da haben wir einen kurzen Weg zum Fabrikator. Mal. Das ist schon mal gut. Aber jetzt würde ich ja auch tatsächlich wieder den Wüstenzug reparieren. Wir müssen gucken, wo es lang geht, damit wir den Wüstenzug reparieren können. Ach Gott. Ja, hab's noch nie ausprobiert, was passiert, wenn man zu weit in das Gas reinläuft. Und jetzt, äh, wissen wir es auch. Es ist auch gerade zu kalt, ey. Jetzt wollen wir reden. Ey, jo, Leute. Hier rum. Ganz schön kalt. Ja, nimm mal mit hier. Freundchen. Hier, Gas. Achtung, Achtung, Gas, Leute. Leute. Ach, Mann. Ich schaue gerade auf dem rechten Monitor, ne? Plumps hier. Oh, Mann. Irgendwas stimmt hier nicht mit mir. Gasmaske. Und. So, hier. Hier. Gleiche. Äh, Achtung, nicht runterfallen. Okay. So. Mütze auf. Ab dafür. So, was gibt's hier noch? Nicht. Gar nichts. Ah. Cool. Was hatten wir jetzt hier noch? Hier ist nur Zaun. 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 Gab's hier noch irgendwas zu tun? Mythos-Tafeln. Keine Mythos-Tafeln mehr gefunden. Wir können den Zug reparieren. Aber. Wie? Oh. Ja, klar. Oh, Mann. Wir gehen hier längs. Es wäre cold hier. Hallo? Alter, was geht denn? Packt man fast nicht mit dem Ding? Frostbölks. Frostbölks. So, Frostbölks. Ganz schön kalt. Ja. Hm. Jetzt wird wieder Sommer hier. Kein Problem. Hier wird's Sommer. Ja. Das sieht man doch jetzt. Schön, wie die jetzt runter geht. Oh, Dickie. Und. Ja. Hm. Ja, hör du mal auf hier zu pöbeln, Mann. Immer pöbeln. So, hier ist wohl ein Giftsumpf. Oh. Da steht ja eine. Oh, 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 oh. Ja, ich... Ich hab's nicht so mit euch, ne? Ja, wir machen jetzt einen schönen Spaziergang. Dann durch die Stadt. V. Ist ein... Ja, Stromwerk. Umspannwerk. Wird wahrscheinlich das richtige Wort sein. Springenkamm. Der Springenkamm. Hier. Ist immer schön im Springenkamm unterwegs. Geist. Geist. L Untertitelung des ZDF, 2020